Oh ja, hier kann ich mir einen ganz witzigen Glitch zeigen. Man geht hier hin, dann hier hin, und... Ah, da ging was schief. Das mache ich falsch. Ah, Pimper funktioniert das nicht mehr. Jetzt funktioniert es wieder. Ech, egal. Nicht zu viel Zeit verschwenden. Man kann da auf jeden Fall, eigentlich war das ganz einfach, aus der Map rausglitchen. Es bringt nicht viel, man fällt halt ins Nichts und landet dann wieder oben, weil man halt zu tief gefallen ist. War's das? Oh, nein. Oh, ich Idiot. Ja, wie konnte ich doch nur vergessen. Das war's auf jeden Fall nicht. Ja. Trägt nur all das Rätsel lösen, ich dödel. Oben. Okay, poppieren wir es einesseits, aber hier, nicht bei der Tür. Also, oben. Rechts. Spring. Spring. Okay, nehmen wir das hier. Oben, links. Rechts rum, spring. Links rum. Rechts, spring. Unter. Dill. Das ist viel zu unverständlich gezeichnet. Lernt mal. Naja, wir haben es wenigstens gelöst. Das ist alles, worum es geht. Oh, der Heizkessel. Nichts Besonderes. Aber, das war's. Wir haben zwei Würfel gekriegt. Wenn wir jetzt in dem letzten Abteil die letzten kriegen, haben wir es geschafft. Ich will hoffen, wir kriegen die letzten. Aber ich muss mich noch ein bisschen rumwandern. Und die letzte Sache. Oh mein Gott, es sind Menschen da. Oh mein Gott. Es sind Fessianer. Gute Ahnung, wie die heißen. Und da war sie gerade. Die Tür. Ja, wie man schon sieht, die sprechen alle diese seltsame antike Sprache. Aber wir sind zu blöd, um die zu lesen. Wow, Musik, Alter. Oh nee, nicht dieses Rätsel. Hier hinter sehen wir Sachen. Das Fiese ist, wir können sie erst nach dem Durchspielen lesen, richtig? Was soll das jetzt? Und... Wir brauchen noch eine zweite Hälfte davon. Sonst können wir das nicht vervollständigen. Die spielt man einfach nach und nach. Und fertig. Hier mit einem schönen QR-Code. Wer ihn scannt will, wartet noch. Es gibt noch einen zweiten QR-Code. Ich glaube, das finde ich eine Idee nicht. Wartet auf jeden Fall. Erstmal. Noch eine weitere Tür, für die sie benötigt sind. 32. Das muss schon etwas sehr Besonderes hinter dir, natürlich. Ich bin es echt genau zwei. Genau zwei. Da gab es die Eile. Ach, nichts Besonderes mit der. Nein, nichts Besonderes. So, dann gucken wir noch höher. Und noch höher. Und ein weiter Tür. Boah, Alter, Musik. Shoot up. Oh, hier kriegst man übrigens Zahlen beigebracht. Das ist ein schöner Würfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so. Ein bisschen Mathe. Ja, das ist auch noch ein bisschen Mathe. Erste Dimension, ein Pixel. Zweite, eine Länge. Dritte. Diesen komischen Strich. Oder, nee, warte, das ist die nullte Dimension. Das ist erste, zweite und dritte. So viele Manneken. Wir sagen aber auch nichts Besonderes. Oh, da ist sie. Hi. Ich bin Jeff. Nein, warte, ich heiße Mark. Weiß ich selbst nicht, aber alle sind zu blöd, mein Name auszusprechen. Wo ist das hier schon? Nee. Da geht's noch ein ganzes Stückchen weiter, aber wohin? Hm. Oh. Ach, äh, däh. Natürlich geht's noch mal voran, dass sie durch die Tür. Hm. 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 Das ist so knapp. Hm. Hm. Oh, nee, ich da auch runter. Hier hin. Wollen wir. Gehen wir dann mal einen bestimmten Weg entlang. Ich dachte, ich könnte das euch jetzt präsentieren. Das Finale von Fettz. Gehen wir hier durch. Wo es uns auch immer hinbringt. Wir werden dahin gehen. Awesome! Soro musste das sein, oder? Soro musste das sein. Goddammit! And Cliff! Und nur mal kurz über Eis. Wenn ich drehen würde, sind die Platten plötzlich nicht mehr da. Warum? Festlobe! Yes! Wo kann ich denn lang? Interessant! 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 Dann wollen wir hier durchgehen. Wo komme ich denn jetzt hin? Ähm... Und hier sind wir vermutlich früher abgebogen. Oh ja, das ist es. Und hier sind wir vermutlich früher abgebogen. Wenn es mich nicht täuscht. Eigentlich will ich nur noch so schnell wie möglich den letzten Würfel kriegen. Ich will euch das Ende noch präsentieren. Und ich will es auch selbst sehen, bevor Fraps wieder zusammenbricht. Weiß ich auch noch nicht. Oh! Ich wurde veräschst! Schnell, du dickes Ding. Nicht abstürzen, wo ich dich dick genannt habe. Kopfschalen kippt mir meinen finalen Würfel. Oh, hier. Da oben ist die nächste Tür. Gibt's noch was? Nein. Und hier unten ist... ...und hier unten ist...